Das ist jetzt die Fahrt von Wustermark Richtung Rathenow und weiter nach Stendal und Hannover. Das ist jetzt die Kassette in drei Stunden. Mit dem großen Atem, der jetzt dran ist, der muss durch zwei Stunden schlafen. Das bleibt einfach an der Falle. Bei einer der großen Atem ist das Boot. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt ein weiterer Ort. Das kann hier eine Zündung machen. Das ist jetzt ein weiterer Ort. Das ist jetzt ein weiterer Ort. Und jetzt geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wachstum Vielen Dank. 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 Oh, Schön, Vielen Dank. So, Ja, 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 Wolltest du ja sagen, haben wir alles bekannt vor da, als wir da plötzlich reinkamen? Uns da plötzlich reinkamen. Von wo kamen wir denn da, von Antwerner Rathen? Von wegen des Ortschafts. Neustadt in der Dusse. Ja, das ist so. Da haben wir nämlich gesagt, der eine Familie ging an Neustadt in der Dusse. Da war noch von der Nutzung. Die Brücke, die wird dann so zum Sommer verneuert. Was ist mit der Brücke? Die wird zum Sommerfahrflang erneuert. Da wird zwischen Rathen und Norden Rathenurschienen Ersatzvorkehr eingereuchtet. So kurz. Achja. Interessant war die Strecke. Aber ich hätte von der Landschaft irgendwie mehr anbautet. So lange flaschen? Ja, von der Rathen. Das ist goldigreich und Spreu Sandbrücken. Achso. Strecken am Leben gebaut hat sein, wenn er interessiert. Was soll der Schuss im Tor der eigentlich? Der muss doch wohl auf dem Tisch holen. was soll der Schuss im Tor... schmutzig 1.0 Schmutzig 3.1 Schmutzig 3.1 Schmutzig 4.1 Schmutzig 5.7 Aber ich frage mich, wieso die eigentlich nicht über Flüter durchfahren? Ja, das war ein Gemtinen. Wir sind da ein bisschen vom Gemtinen entfernt. Dann sehen wir, was hier hinterher eigentlich so zu finden ist. Scheiße, er klemmt, wenn er mich den bis er noch auflässt. Oh, er hat da hochgelöst. Echt? Logisch. Gut. Aber kurz da machen, da kannst du ihn nicht ausmachen, ich hab ihn wirklich. Naja, aber mich interessiert auch mal, was da oben zu finden. Da haben wir auch mal geguckt, ob da sich einer versteckt hat. Schönen Wassertamm zu sein. Schönen Wassertamm zu sein. Weißt du immer, wenn wir wieder nach Osten gefahren sind? Und ich sag, wie soll es das durch hier kann? Neun Millimeter hat er ja. Mach das mal aus hier. Guck mal da. Heizung und Lüftung. Kannst du hier ausmachen. Beleuchtung. Vorsicht, Burkhard. Dreh mal. Guck mal drehen. Jetzt braucht er noch nicht, warte nö. Wollen wir euch das denn da raus? Tja, Herr Köder, das kommt Ihnen davon einfach nicht vor. Guck mal da. Moment. Ja. Aua. Schon wieder hin. Sonst auch. Scheiße. Ne, ne, ne. Was ist mit deiner Kamera los? Alles klar. Jetzt kannst du noch gleich in Ölisfelde. Sie haben ein schönes Bivet. Das ist auf der Seite. Das kannst du sehen. Überlegen wir gerade, ob es sich wirklich lohnt, die Strecke zu filmen. Jede Menge zu. Jetzt nicht mehr. Würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Bahnhof. Warte. Warte. Wenn wir die Strecke noch da sind, dann müssen wir gut werden. Ja, da haben wir die Strecke noch die Strecke passiert, weil sie noch runterliegen haben. Log 19. Tja, die werden wohl auch alles weg. Jetzt war ja die, die wir hier stehen. Naja. Insofern ist es doch relativ wichtig, wenn man da nochmal festhört. Naja. 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 Allein hättest du das nie erlebt. Und hast du nie auf die Idee gekommen. Hm, das stimmt. Aber alle macht ja auch keinen Spaß. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich bin früher immer alleine gefahren. Ist ja keiner mitgefahren. Oder wenn ich in der Bille bin, bist du genauso. Wörtlich immer ein Land ist ja so langweilig. Naja. Naja. Nöbius. Genial. Nöbius. Nöbius. Genial. Du hast gesehen, wir haben da unten eine Vorlebblüten noch mal runterladen. Das ist aber schon wie vorhin die Kölner weggeschwemmt werden. Wasserabweisende Schicht. Mhm. Bei jedem Punkt muss der Wasser noch bleiben, ob sie da an der Seite oder in der Auge mal in den Rohr legen oder was. Das passiert ja auch. Ah ja, da ist ja was schon. Dann soll die irgendwie zu den Kempenspecke werden. Ja. Irgendwo werden hier so Schilder stehen, da müsstet ihr eigentlich draufstehen. Ja, dann können wir mit. Ach ja, jetzt kommen wir jetzt auch, ab Fahrplanwechsel kommen ja Spinterzüge, oder? Köln, Düsseldorf, Essendorf und Münster, Hamburg. Aber jetzt? Nee, jetzt noch nicht. Jetzt schon zum Fahrplanwechsel. Nee, aber nicht nach Köln dieses Jahr. 4,90 also. Aber warte mal ab. Nee. Äh. Noch nicht. Ja, jetzt hier ein bisschen alter Bild. Mal auf den Ausstieg. Mal auf den Ausstieg. Mal auf den Ausstieg. Mal auf den Klott in der Kamera. Mal auf den Klott in der Kamera. Mal auf den Konto. Ich kann gar nicht sehen, die schöne Brücke hier. Mit den Formsignalen. Guck mal. Dieses kleine Dingelchen hier, Winzelberg. Oder Finzelberg. 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 Finzelberg! Da war das Kindersplo. Finzelberg mit V. Ja, Finzelberg mit V. Der hält wahrscheinlich jetzt das erste Mal wieder in Wolfsburg, weil du bist fällig, oder? Du bist fällig. Dann haben die 232 bis dann los nach vorne. Dann haben die keine Gefahr. Ja, du meinst ja. Aber ich sage, die können in Wolfsburg, ist das schon elektrisch? Ah, 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 ah. Das ist kein Fahrrad. War da kein Fahrrad? Nee, das ist ja. Ja, richtig. Dann willst du nur bis Hannover planen. Warte mal, ich stehe jetzt. Wo ist denn, Mensch? Denk mal nachher. Dann müssen wir da rausgehen. Ja. Da hast du hier schon so, so, so. Guck mal. Du musst da scheinbar laufen. 4 Stunden und 2 Minuten. Du musst da hin. Ja. 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 Da ist die rote. Ja. 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 Hier ist die Ausstattung besser. Hier ist die Ausstattung besser. Hier ist die Ausstattung besser. Das ist besser. Der Mikro ist schlimmer. Sonst dreht die Heise irgendwie aus. Hast du das Mikro jetzt aufgeschaltet? Nein, man kann nicht die ausschalten. So, nicht schlecht. Darf ich mal. Hier ist die Ausstattung besser. Oh! Die Kisten ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Gut, Springer, da habe ich ein Bild vor, da stehe ich mit zwei Dampfloks, mit einer 41er und mit einer 50er, Scheineinfahrt. Und hier? Ja. November 1991, nee, November 1998. Gut. Schön hier. Gut, Springer, der geht doch rechts anab. Da möchte ich mal herfahren, zu dem Berg, der gesteppt rein, rechts. Wenn man da die reinfallen, da rufen, Springer da rechts, Rad rein, ist doch schön. Ja, du hast doch diesen tollen Atlas da, dann hol den mal raus, dann kann man ja mal gucken, wo der hingeht. Wolltest du mir die nicht schenken? Du hast ja auch einen gekauft, aber ich habe keinen, wirklich nicht. Der Gießbett hat die doch verteilt gehabt. Ich habe keinen gekriegt. Die werden auch keinen angeboten. Ich habe keinen gekriegt, den Gießbett, den Gießbett in meiner Farbe, aber da ist bestimmt alle aufwecken. Ich habe dem Gießbett mal den großen abgekauft, 22er. Den großen habe ich aber noch zu Hause. Das ist ja, das ist ein Zwei, zu kalt. Was, kalt? Das ist mir leid. Das ist ja voll kopiert, so verfallen. Das ist ja voll. Oh, was macht's? Da muss ich hier rechts schon rausfahren, wenn ich den Vortrag empfahre. Das muss ich auf der Gerechtigkeit leisten kommen. Das ist gesperrt. Ich springe immer noch hier, das ist die westliche Stellwerk. Oh, ich stehe mal dazu mehr Autos. 122-Galb ist, ne? Hast du vorhin den neuen Ford Mondeo gesehen? Ja, habe ich da noch gehört. Ja, schon gesehen. Kenn ich. Können wir mal die Lampen mal langsam anfangen? Ja. 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 Ich kann das jetzt noch ein bisschen drücken. 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 Ich kann das 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 noch ein bisschen drücken Die Frau hat gesagt, sie soll den Motor ausmachen. Ah, das sieht aber toll aus. So, das ist der Bahnhof Gardelegen. Jetzt verlassen wir Gardelegen. Was ist das denn? Das hast du nicht gesehen? Ich habe ihn. Gardelege, jetzt verlassen wir Gardelege. Ja, Schapazille, hier für Schlau-Roch-Pille, die hier halt mitgebaut wird. Ja, die Offenheit, wir können 20, 30 Jahre mit jemandem verbauen. Ja. Ja, das ist so lange. Die halten schon. Wo ist die Kamera, die ja helfen? Aber wenn 20 bis 30 Jahre noch Laufwärmte dafür vorhanden sind, um die Dinger abzuspielen. Ja, aber aus dem 08.0. Aber du hast doch auch vor High-Aus aufgenommen. Wo ist die nur High-Aus, ja. Jetzt haben wir Gardelege, den Endgrüppig verlassen. Ziehen wir mal das stille bei Körn. Da braucht sie nur eine Ersatzkamera zu kaufen. Die legt sie hin, dass sie immer abspielen kann. Ja, das ist ja nachgeschmissen, wenn man da vorhin war. Da muss ich gut gemacht, wenn man vorhin war, oder ja. Das ist halt dann ja auch. Die Sparkasse sind gut, das auch. Okay, na klar. Sie haben bestimmt 30 Mal aufgemacht. Ja, ich kann. Das ist ja nicht so gut. Das war's. Das war's. Ich bin ein paar Tage. Hier muss ich wieder füllen. Ganz sicher, Leute. Also, das ist viel. Oh, das ist ja nicht so. Oh, das ist mein Name. Der Post C3, die Blumenkasse, die Stücke. Und da muss man ausziehen, aus geht es uns. Also da war es. Und hier wird es nicht so gut. Was? 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 so wie ich das nach rechts zu gehen Was ist so? Au, die wirks wieder bis auf den nächsten. Nein. Das reicht. Jetzt haben wir hier zwei Leipzig. Aufweichen. Voll zum Bisschen. Socken. 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 Willst du das Bild eigentlich noch reinholen? Ja. Wie machst du das denn? Spielen. Das geht. Socken. Kannst du mal sehen? Ja. Schau mal. Ich schucke ihn mal für die letzten Geräte. Ich kann auch noch mal. Aber du hast die Kamera nicht drauf. Ja. Ich kann auch noch den Ball. Oh. Ich bin da noch mal. Und du bist so schön. Wie ist denn da? Wie ist das? Wir haben hier aufgehend auf die Flasche. Und hier? 457, 940. Na, kurz wieder 17, ich glaube. Kurz wieder 117. Wir sind zurückgezogen in der nächsten Zahl. Und die vorhause? Find ich ja mal, ne? Ich weiß nicht, das kann ich ja zeigen. Und 10 mal. Ja, guck 10 mal auf die Flasche. Da ist die Flasche. Aber erst mal schon. Ich weiß nicht. Du hast das gestellt. Genau. Du hast das gestellt. Du hast das gestellt. Und jetzt... Wetter! Guck mal! Wetter! Wetter! Guck, wie schnell der Tag ist. Wetter! 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 Nicht interessant hier! Guck bestimmt. Hätte man das für möglich gehalten. Schön. Das ist sowieso. Ab dem Lichtfall. Da müssen wir also rücken. So. Wo ist der Posten? In der Posten, sondern ein paar Signale. Nein, ich meinte das auch nicht. Jetzt kommt der gleiche Steuerleiter. Na, wir fahren aufs Nebengleis. Dann haben wir hier. Kreuzung nämlich mal. Das ist sicherlich die Landwärter. Neues Landwärter. Das ist ganz gut. Mieste. Schönen Stellberg. Mieste. Wir können demnächst auch nicht mehr kriegen. Schön ist das, oder? So war er. Wir müssen hier auf dieser Seite sein. Wo ist der Banner auf? Right oder liegt? Hier, rechts, rechts, rechts! Ist bei dir auch was? Böööö, Geräusch! Diese verdammten Käseköpfe sind wir wieder an unserer Verspätung schuld. Das sind die alle hier, Herr Fall, vom Hockfaller-Wanderer. Das gehört zur Verbindung. Ah, das war immer noch der Bahnhof Mieste. Wo ist denn der Flot? Wo fett er hin? Das ist wieder als blöd. Na ja, ich hätte den Dings verlassen. Das ist doch so ein Schlag. Na, ich bin jetzt nur mal runter. Ja, eigentlich war's das. Da musst du wahrscheinlich die erste Bahnhof verlassen. Ich werde noch von zweit gestellt werden. Warum auch nicht? Was ist denn das? Das ist die nächste Bahnhof. Da hat ja auch wieder einen Container stehen. Wichtbesicht ist da, mit Leis. Aber rückfeuern wir dann, wenn das da war. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Kanal. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Das war der 36er. Das war früher der Transitbarsteig. Guck mal, da ist ein Balkon sogar, der Stellwerk. Mit Balkon, schön. Das ist das Stellwerk Westfünf. So, das war Übisfelde. Hier, das ist der Transitbarsteig gewesen. Wie niedlich. Vor allem das Ding da hinten links. Ja, das ist noch ein bisschen. In Saalfelde haben sie ein großes Signal, so ein 12-Meter-Signal mit den Flügeln vom Zwertsignal ausgerüstet. Das sah vielleicht aus. So. Das war Übisfelde. Und jetzt fahren wir weiter nach Wolfsburg. 4 Stunden 43 bis Ende fünf. Ja. Mal, äh... Mal konnte ich sagen, weißt du was? Ich wollte sagen, Rainer, Wolfsburg, naja. Das zu mir. Genau. In Winter City von Hannover nach Berlin hätte ich auch zwei Tassenkappen oder Tassenkappen oder Tassenkappen. Aber kann ich da nicht, wenn ich frage den? Muss ich auch. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Ein bisschen bisschen wehen halt. Und jetzt hier ist eigentlich dann hier von Hannover bis Berlin durch. Wenn die hier fahren, oder hat den Postbogender VW wieder mal? Das geht ja auch nicht. Ja. Da gibt ja ja ein Lobesnuss. Ja. Ich glaube bestimmt, dass die Mausen die Garten hat. Sie ist so. Mhm. Aber man muss den Berg, wo so viele Leute immer hinkommen, und fassen wir da viele, 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 viele Zuhörer. Da ist die Strecke. Was ist das für eine? Komm mal. Und da ist ganz klein. Abzweig. Abzweig. Grafhorst. Aber wo ist da hinten? Das ist das die jeweilige Strecke nach Berlin stellt. Abzweig. 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 Aber wir sind schon wieder aus Buenos Aires. Ja. Das ist schon wieder ein Regen. Ja. Ja. Werkt es da unten, oder? Ja. Es wird sich schon gut da. Ja. Es wird sich schon gut da. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Bist den Dahl aufbaut! Unmördlich! Unmördlich! Ja, jetzt! Komm in die Schreihe! Das kam ein bisschen Konfetti raus! Vielleicht das nicht übertreiben soll! Komm, setz noch einen Haufen drauf und gehe leichter raus! Ja, ein bisschen, ein bisschen! Was ist das? Gar nichts! Ein ganz kleines bisschen! Gibt es sogar nicht! Ich schmeiß deine Kamera an! Hahaha! Jetzt kommt es! Was gehört? Wo ist es? Minimal! Minimal! Aber nichts zu sehen! Wo sind wir überhaupt? Voll das Leben! Da ist eigentlich das hingeblieben! Vor das Felde! Ja, tatsächlich! Vor das Felde! Hier wird das Wetter besser! Toll, oder? Vor das Felde! Oh, der hat da noch schon! Oh, der wird hier! Hier ist ja noch ein bisschen! Hier ist ja noch ein bisschen! Hinten! Hinten! Hast du dich schon ein bisschen Flätter gefilmt? Ist durch! Nicht zu sehen! Ja, durch die Geschwindigkeit hier! Also vor den Fetzen wahrscheinlich! Ja, das könnte sein! Ach, da lag was! Ja? Kick fest! So, die Hinten, wir sind jetzt ja noch die Hinten! Alles im Kleinen, hab ich ja auch geschafft! Wir machen es da gleich hin, dann lassen wir ihn da hinein oder ein Gleis und die da die neue Gleis für die machen! So, machen wir! Ein neues, dann nur noch ein Fahrgleis, dann reiß ich das hier an! Dann geht das andere da rüber! Und wir machen es schon Brot pro! Naja! Ach, hier ist wieder der Kanal. Nicht der Kanal. Hier links. Nicht der Kanal. Ach ja, da war ja mal ein Kanal, ne? Wir sind jetzt hinter Forstfelde und hier links haben wir den Kanal. Nach Berlin. Nein, nach Magdeburg. Nach Magdeburg geht der? Wie heißt denn der normale Kanal? Gut, ja. Das ist eine gute Frage. Magdeburger Hafenkanal. Hafenkanal, guck mal, ein Schiffchen. Noch ein Schiffchen. Noch ein Schiffchen. Noch ein Schiffchen. Jetzt kommt Wolfsburg. Ach, guck mal, den Katze tot da. Genau durchgefahren, hast du gesehen? Erinnern mich so an den Mann in Don, den sie durchgefahren haben. Das sah sehr ähnlich aus. Ja? Ja, scheiße. Also ich habe mich selber bewundert, mit welchem Genuss ich dabei noch den Donut von Mac essen. Scheiße. War der Schicker oder hat der sich für dich geschmissen? Ja, angeblich hat er sich vor den Zug geschmissen. Das sah aus. Und nach hinein betrachtet. Aber da man an dem Tag hat mir komischerweise nichts ausgedacht. Hat er diesen Tag so? Ja. Hat es ein Oberkörperhandel mit Schaufeln und Mesen auf so eine Plastikplatte. Ja, da hat ein Feuerwehrmann den Arm so von sich gehalten, der Arm auch auf die Dings geworfen. Also ein paar Finner und Kabeliten hast du ihn eingesammelt, aber auch einmal. So, Verkehrsgatt zum Aracke. Ja, das Gleis 1 war gesperrt. Ja, jetzt was mich nicht erwähnt. Oh, da, Gitarrego. Fertene? Nein, zui. Fertene, dir? Ja, die Pana, Gitarrego schon alle war, Wolfsburg. So, Gitarrego, Wolfsburg ist hier. Das ist die Ausfahrt aus Wolfsburg und es ist 19.35 Uhr und 85 Sekunden. Das ist die Ausfahrt aus Wolfsburg und es gibt halt den Bäumen das VW-Werk. Was ist hier? Wolfsburg, viel Spaß hier jetzt. Mit Fördbe 然後 Bern ums. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, er auch. Vielen Dank. Links ist der Abzweichner VW. Gut, also links ist der Abzweichner VW. Ah, da sind auch die komischen Privatvergunst vom VW. Ja, das ist der Abzweichner VW. Das ist der Abzweichner VW. Das ist der Abzweichner VW. Ja, das ist der Abzweichner VW. Ja, ja, gut. Ja, das ist der Abzweichner VW. 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 Auf jeden Fall wir alte Bahntrassen. Da wurden immer rauszufinden sollen. Also das eine war ganz klar Brautcheid, aber diese hier hat beide andere. So. Fallersleben Ende. Und jetzt haben wir Fallersleben verlassen und das war's dann heute für den Moment. Okay, Schluss.